Was war das für ne Ansage? Und jetzt nochmal aufs Deutsch! Willkommen zum Park Challenge! Ja, willkommen auch von mir zurück! Äh, ja okay. Ich hab mich schon gewundert. Ich dachte mir eben auch, kann man ja auch mal machen. Ja, auf jeden Fall! Das war doch mal ne gute Ansage. Oh Junge, ey. Ich krieg mich gerade nicht ein. Ich hab nen Schaden, weißt du doch. Ja, das hab's auf jeden Fall jetzt. Ab jetzt sowieso. Ja, genau so. Ich wundere mich gerade, was hast du denn für ne Ansage? Und? Jetzt mal auf Deutsch. Ja, jetzt mal auf Deutsch. Junge, ey. Das war beklopptisch. Achso, in unserer Standardsprache. Ja, sag das doch. Ja, sag das doch. Das war beklopptisch. Ja, sag das doch. Ja, ihr müsst voll einfach zu lachen. Ich wundere mich auch, was machst du denn jetzt? Achke, ja, wie geil. Lass mich doch. Naja, ist auch richtig so. Warum auch nicht? Aber ich mach immer irgendwas Neues bei den Ansagen, ne? Ja, mittlerweile. Deswegen lass ich dich auch ansagen, du machst das schon. Ja. Ja. Ich hau schon irgendwas Beklopptes raus, ne? Ja. Irgendeiner muss es ja tun. Ey, Centos, ich wollte dir noch was sagen. Der Unsichtbarkeit-Zaubertrank, den hab ich. Ich weiß. Ähm. Mir fehlen jetzt nur noch 17 Ziele. Kennst du Rain? Ah ne, stimmt gar nicht, 17. Sind ja nur 30. Mir fehlen nur noch 7 Ziele. Kennst du Rain? Interessiert's? Ja, kenn ich. Sogar sehr gut. Aber mich interessiert's nicht. Hä? Hä? Wer nimmt denn den Schaden von den Hunden? Oder? Hat nen Schaden. Du hast nen Schaden. Nee. Komm mal mit. Andee. Bleib mal ruhig da sitzen. Aber das Canyon Biome, das ist so verdammt groß, das geht ja gar nicht. Das ist aber gut, ne? Wieso? Oh, Pfeil und Knochen. Das ist beschissen. Das Biome. Das ist verdammt groß. Der Kerl die ganze Zeit hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter. Naja. Man muss mal wieder was fressen. Na. Beherrsche dich in deiner Aussage. Und was essen. Genau. Du tust was beißen. In eine schöne Schnitte. Hab Mama dir denn Schnitten für unterwegs mitgegeben? Nö. Steaks. Okay. Ah, gute Mama, ne? Ja, du hast ihn wahrscheinlich. Die gute Mama. So. Boah, ey. Wie weit geht das denn noch? Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Welche Hölle bin ich hier jetzt eigentlich gemacht? ...weiß ich auch nicht. Über 60. Aber büt butt butt breasts. Hör. Ich bin gerade eben überlegen, was ich sowieso nicht kann. Warte. Das stimmt. Das kannst du wirklich nicht. Dankeschön. Bitteschön. Ah, wie ging das denn doch mal? War auch nur nett gemein. ich glaube mit holz mit dem kopf ging das glaube ich nur mit dem kopf nehmen deinem glas brennt ich weiß schon gar nicht mehr die koordinaten wie ich gerade gelaufen ist ein bisschen weiter die sagen da kommt jetzt auch noch was da nur glas das bräuch da kann ich aber nix für das ist dein problem alles deine schuld ich hab dir schon mal gesagt den schuh ziehe ich mir nicht immer an klar dankeschön aber nein ich mache jetzt eine bootfahrt ist lustig eine bootfahrt ist schön ich wollte ja ich wollte ja so fährt 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 ein tolles boot boah kuh ey ist das immer warum kuh warum willst du einfach sterben oder so so man ist das schnell rüstung ab auf fährt let's go fährt ach ja dass man nicht mit dem pferd schneller rennen konnte das wundert mich nein das ging auch nicht ah nee das ging nur durch die kreuzung der einzelnen pferde kann sein also nicht ich wollte man unbedingt mal so ein schwarzholzeichen setzling ohne wieder heißt heißt wir fahren boot wir vom boot lalala fährst in den tod du fährst in den tod kinder land in sicht noch mehr land kenyon in sicht noch mehr kenyon mich verarschen soviel kenyon naja wenn wenn einer nach dem anderen kommt dann ist natürlich gut für dich schiff wenn ich vergesse mal dass man jetzt mit schiff ausklettern muss ja habe ich mich auch vorerst gewundert aber ist ja auch egal funktioniert alles so meine holzbrücke machen hier wird schon passen fährt hier geblieben ein bisschen weiterfahren weiter galoppieren du machst sie ja ich sag doch ich mache mir vor die weltreise deswegen was finde ich bin auch so 6.000 blöcke weit und dann habe ich endlich den dschungel von vier von vier fünf folgen später habe ich eine katze gewonnen leider nicht leider die fitte ja auch noch ja aber dafür habe ich ja andere ziele schon erreicht ja mir noch egal hätte ich vielleicht auch schon längst erfolgreich geschaffen hetze erstmal überlegen sollte man reden zu nahle wahl ja warum habe ich bei lavaseen hier da kommt noch mehr canyon wieso so viel canyon biome weiß ich nicht soll die gegönnt sein ich glaube weil man mich verarschen will schweine schweine das boot ist kaputt gegangen ich hatte immer so komisches biome gefunden dafür na gut habe ich einen stick zwei stück und nochmal holzklöße reite und reite und immer weiter ich habe viel zu viel müll bei mir echt ich glaube ich hätte mal zu fuß laufen sollen kann gleich wieder schlafen gehen ohne wüste ich auch und ich habe auch kein bett mit ich hab's vergessen schlecht dann habe ich auch ein erfolg hoffentlich nicht bolleg 17 erfährst mir aber nur noch gehabt naja von 30 28 sommer nein fährt er sterbt nicht komm 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 her grafikeinstellung fährt bitte komm einfach her ich will ja nichts tun aber ich habe immer das glück sie hätte fast das glück dass mein pferd ersoffen ist weil ich da drauf saß wie bekloppt damit ins wasser eingesprungen ja du bist doch dämlich nee dämlich nicht ich streng halt manchmal nicht mein kopf nicht an bescheuert nein auch nicht leider stelle ich dir das nicht aus ach komm rufen setzen ich brauche mal ein bisschen mehr fleisch wieder sag schon wieder nix doch aber es wird grad dunkel dann lasse ich jetzt das kurz brennen kann mich gleich schlafen legen und ja geht einfach mal ein bisschen kloppen und versuchen ender perle zu zu erhaschen und fragt mich warum keine lust gerade nein aber fährt er ohne witz ich will eigentlich schnell vorwärts kommen deswegen kommt fährt aber hier ist schon viel wüste jetzt wie hey ja zero du mal mit dem zero ach komm ich hab ich das auch gelesen gehabt in den kommentaren zero zero oder zumindest im chat eher gesagt ich glaube das war bei fanny vorher schon im chat hab ich auch zero gelesen warum das denn keine ahnung war jetzt aber nicht auf bezogen weil wir immer zero sagen sagen wird viel zu auf wegen zero 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 habe ich immer noch ja noch kommen das reicht dann vielleicht ich jetzt sag wieder abhauen zombie zombie ob auch trotzdem stück ups mein inventar ist ganz schön zugemült creeper komm herz weg rotten flash weg gröbel kann weg flint kann weg was gravity gun euch am bogen halber kalt 1 ok noch ein bogen das soll ja vorher komische zufragen das hier wirklich geben würde mal drauf geschummelt enderman stirb ich brauche nur eine enderperle nochmal aber was ich finde bei dieser version mit optifine auch dass du das nur noch einfach mal anklicken brauchst dann installiert sich das dann fertig ja das ist natürlich gut gemacht jetzt mal sonst hatte jeder mal probleme das rauf zu machen dann hat minecraft immer gecrasht und was weiß ich naja richtig genau das problem bei der ultra a7 oder was das da war da crasht jetzt minecraft auch noch alles irgendwie nicht ausgereift manchmal ja auch mini zombies ist auch noch hier ausgereifte version als creeper komm stirb bam getroffen bam getroffen toll ist mein enderman weg oh ja den wollte ich doch nicht schlagen und schleim späuchte auch noch geil 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 na seht schon geil ja was denn jetzt geil geil du hast doch nicht einen spawner gefunden oder doch aber tröste dich hab's ja auch schon ja dann könnte ich sehr glätzt vorne ja ist sogar gut ausleuchten boah nicht kaputt machen wir echt ne dann würde ich mir konnten ist das weit weg ja verdammt weit weg äh warte mal koordinaten minus 5358 und ich bin minus 128 oder so oder 187 ja hab ich den vorteil meiner ist ja ziemlich nah ein skelett ein skelett ein skelett ein rex skelett oh bist gestorben da ich den ziemlich nahe habe kann ich da immer eps fahren mh da hinten ist ne witch oh cool ne witch witch kann ich mir dann gleich aufschreiben wenn wir ne witch witch drei minuten die Folge bändet haben was wow ja gut dass du es angesagt hast ich hab grad nichts aufgeguckt war mir schon klar eigentlich hätte auch sein können dass wir jetzt überzogen hätten aber aber nie kann das passieren ja aber witch 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 so was haben wir denn da drin oi namensschild oh geil gib jab ein beim schaf gib ohne eisenbahn gib jab ein beim schaf tu es einfach also einmal brauch ich nicht schallplatte ja komm die können wir mitnehmen einmal kann drin bleiben aber brauch ich nicht oder können wir hier noch nicht jab eingeben oh noch drei wieso jab regenburg schaf hätte er noch nee ich glaube das war ab der version noch nicht ja aber deswegen frage ich gerade haben wir eigentlich nicht schon abgedatet nein ne nee nee da gibt es ja kein wir spielen immer noch der 1 7 2 wegen optifine weil jetzt hast du wieder optifine nö wir haben überhaupt so noch auf der version gespielt ja ist aber auch eigentlich relativ egal egal yay das habe ich gefunden ho ho schlatschmacher das geht alter geht doch kaputt ich habe so ein dach schaden echt manchmal wundere ich mich auch über mich selbst ja deswegen ja wohl mein netz 25 prozent nur noch auch folge ist egal dann kann ich gleich anstecken was geil man kann ohne spielen auch mit ich wollte schon sagen sagt nicht das wird schmiede aber nicht cool dann kommt schon her kommen zu lassen reisen es gibt slimes spawn doch eigentlich original in oder nicht auch so mittlerweile überall warum finde ich dann keine oder muss ich auf normal spielen nö nö eigentlich nicht ne aber auf easy spawnen die seltener ok bin ich der meinung normal hier auf normal ist doch besser ja ich geh da nur noch schneller drauf ja bist du drauf spinnen zombies aber ich schaffe rechtzeitig rüber zu schwimmen oder mit nütz'n sekunden oder noch ich höre ein schleim komm was auf normales und schleim muss er ach da ein wasser und dann bis zum nächsten mal ja tschüss bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal